Das ist doch die geilste Begrüßung, die man in einem Let's Play bekommen kann. Wenn ich jetzt noch die Webcam erhätte, dann hätte ich jetzt auch noch meinen Stinkefinger gezeigt. Ja! Werbefreundlichkeit für einen Arsch! Willkommen zurück zu Stinkefinger und... Hast du Arsch gesagt? Bitte? Hast du Arsch gesagt? Was? Arsch? Nein, hab ich nicht gesagt. Ich würde mir Let's Play niemals Arsch sagen. Das wäre ja für einen Arsch. So. 50 Leben? Danke! Kampf ist das? Nein. Das ist ganz... Da, Leute! Was, das ist ein Laser! Fuck, das ist ein Laser! Irgendwann hat niemand dich gehälft, ich will dann flachten. Das ist das eine Web! Was ist das eine Web? Ich hab keine Ahnung. Was hat die denn gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber was... Was? Für ist aufge... Auf... 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 Naja, und... Das ist... Und... Das ist... Und... Das ist... Das ist... Doch, trei! Also ich hab's irgendwie immer mit meinen Hammern. Nach links musst du. Nach links war ein Hammer. Oder rechts. Ich bin rechts um die Ecke springen. Ich weiß noch nicht was jetzt passiert ist, aber ich hab mal einen Schalter gespielt. Was hast du? Der Weg geradeaus ist es doch. Mein Gott, was ist denn mit diesen Hammern los? Die sind kaputt. Das ist ja auch mega hart. Natürlich nicht. Du kennst auch gar nicht was du... Sehr gefährlich. Da war das immer... Oh fuck! Wohohohohoho. Nein, nein, nein! Hier ist doch da unten, war da irgendwie... Wie nur ein Brenn, ich seh überhaupt nichts. Scheiße, der Steck wurde da rein. Wollen wir hier runter, oder was? Nein, man muss da mit dem ganzen Körper hin? Ohhhh... Eine beklopfte Map! Scheiße, ich brenne das nur. Und ich bleib immer im Hammer, hey, das ist doch nicht mehr lustig. Oder in einer Kettensäge. Kreissäge, ey! Und, ja, es ist ein Versus. Und das mit 50 Leben. Was, gegen sie selber? Okay, ich bin jetzt mit 32. Ah, ich bin voll. Wir machen das nur unter uns ja alles. Dex, ich hab Versus an. Oh, ich bin mal auf. Link hinter mir. Ah, ja, genau. Fuck you one shit. Hey, fuck, oder was? Ich kann nicht mehr nicht. Ganz einfach. Du schattest ein Gate. Du musst dann durch die Mitte, kannst du durchspringen. Warte, warte. Du kannst durch die Mitte dann durchspringen. Und dann musst du links, oder was? Dann musst du, wenn du runter bist, in der Mitte. Dann musst du, wenn du runter bist, in der Mitte. Guckst du, musst du das nach rechts runter. Und da act, wirst du dann entscheidend. Da links ein Gate aktiviert. Da musst du dann durch und da act, du wirst dann wieder ein Gate. Und dann musst du durch die Mitte durch. Wenn du durch die Mitte durch bist, dann musst du den Gate unten auf. Wo du runterfällst. Wenn du dann runterfällst, kommen da ganz viele Tunnel. Durch die Tunnel musst du dann durchgehen. Dann kommst du zum End. Einfach durchgerannt. Komplett durchgerannt. Ich sprenne immer sofort. Ja. Du kannst auch ran. Du kannst auch einfach links gehen. Was muss ich? Ja, links war ich. Aber was muss ich denn nach links machen? Wenn du bei... Geradeaus einfach. Du kannst zum Lasern gehen, dann reinstricken und dann geradeaus. Jetzt geht's wieder auf. Ja, aber... Also ich starte das Gamer noch. Ja, aber... Ja, 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 ja. Dann werden die Typen wieder live auf. Ja, 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 ja. Ich starte mal rein. Ganz besonders rein. Das Feuer ist so laut am Anfang. Du verstehst ja gar nichts. So, ich lade die Weben auf 25 wieder runter, so wie ich es war. Starten wir rein. Erklär ich die Map mal kurz. Wir starten jetzt alle zu viel. Jetzt habt ihr vor euch Feuer. Noch nicht. Aber gleich. Ihr könnt da drauf. Ihr müsst aber nicht. Ihr könnt einfach hier rechts oben springen. Ach so. Rechts. Da, ja. Ist mir egal. Dann hier in die Mitte. Ja, verspreche. Nein, mach nicht von. Nein, der hat mich jetzt abgeholt. Ja, aber in der Mitte war ich schon. Ich war auch schon hinten beim Tunnel. Aber ab Tunnel komm ich nicht weiter. Kommt hier erstmal hinten. Einfach in der Mitte stehen bei. Scheiße, der Hammer war ja auch da. Au. Kommt hier rüber gesprungen? Dann schon wieder. Ja. F**k you. Nein. Du sollst erstmal hier warten. Nein. Du musst hier durchdeckst. Hier rechts. Stuck. Au. 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 So, hast du hier eine Tür offen? Nein. Ich will den Leuten erst mal zeigen wie es hier geht. Warte, bleib da unten. Nee, jetzt nicht. So, der Wald muss nur dann hier lang. Ja. Hier durch. Dex, wo ist der denn überhaupt? Wer hat mich runtergeschopft? Kebo. Kebo, du Sau. Dex, wo bist du? Ach hier, guck mal, guck mal wo ich bin. Du musst jetzt hier rein. Ach da? Nein, Mann. Nein. Nein. Warum komm ich da nicht durch? Bücken. Steuerung rein. Mann, Aksu. Wie, wie, wie bück ich mich? Steuerung. Ich will mich für Dex bücken. Dex, hör auf mich zu prügeln, ihr. Ich komm rüber bei der Freundin der Vorschädigung. Sie steht sich neben mich und fängt mich an zu prügeln und sagt sie, ich will sie, hör auf mich zu prügeln. Ich kann sie zu Feuer haben. Nee, hast du nicht bekommen. Du musst hier unten dann rein. Ganz unten ist ein Schalter. Wer du schubst. Oh, Leute. Dex hat angezündet. Ich hab keinen angezündet. Doch. Doch. Und ich zünde keine Leute an. Und ganz unten ist da ein Schalter. Der Schalter muss dann aktiviert werden. Muss jeder den selber aktivieren? Nein, nur einer muss den aktivieren. Ja, warum aktivierst du den nicht? Weil ich grad für dich durchkomme, weil ich mich irgendwie anzündet. Haben wir links schon aktiviert? Nee, du kannst das erst aktivieren links, wenn du rechts aktiviert hast. Ich aktiviere das jetzt hier. Am besten geht das mir um den Körper. Nein! Sobald rechts aktiviert ist, musst du links nicht gehen. Ich bin ja, du links ist aktiviert. Dann musst du in die Mitte. Kannst du durch die Mitte durchgehen. Ja, da war ich ja gerade die ganze Zeit. Aber jedes Mal war ich da in den Gläsern und die hab ich das ganz gemacht. Der aktiviert gerade die Möcke oder so. Fuck. Ich bin ja gar nicht abgekommen. Ich bin ja gar nicht abgekommen. Ich hasse euch alle. Nein. Ich weiß nicht. Die Möcke, ich hasse diese Scheiß hier. Hass. 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 Haaah. Verrecke. Da gibt's mal hier wieder Scheiße. Oben auch. Fuck hier. Scheiße. Ich hab keine Eier. Ich war voll rein mit mir. Aber Stone unten im Tunnel ist ja Laser. Ja, da musst du einfach... Ich bin grad nicht erst im Tunnel gegangen. Ich bin gleich kein Problem. Sobald du gehst ins Herz. Ach, um die Frenne. Ich bin extra vor mir. Ja? Ooooooh. Keine Ahnung. Ich hab auch noch Kabel. Und jetzt? Jetzt musst du hier hinten... Hinten ist ein Schalter versteckt. Ich bin jetzt immer ein Schalter hier. Ja, dann geht eine Klappe auf. Hier und dann? Oh, über dir. Hier und da rein? Ja. Oh. Und dann unten ist dann ein Checkpoint. Fuck hier, wo ich mein Kopf aufhören. Oder was? Nö. Doch, doch, doch. Das stimmt. Kopf abwerfen. Dann ist hier irgendwo der richtige Weg. Das ist natürlich der... Nein, ich bin daneben. Nimm Checkpoint. Kommt irgendwo raus dann. Sollt aufpassen, wo du rauskommst. Warum man? Kommt direkt. Bei 3 check ist wieder ein Schalter. Dann geht hier der nächste Luke nach unten auf. Für den nächsten Checkpoint. Da ist ein Beispiel dann gerade. Landet. Und dann ist hier unten der Endfall zugesehen. Bei 3! Überrasch. Entschuldigung. Wie kam! Th before. controversy. Bei 3. Die 1! Die 2! Dex ist schon wieder gestresst, da kommen Fallschirren. Aber das ist wirklich ein Versus, wir müssen gegeneinander kämpfen. Ja, ja, ja. Total sinnlos. Das ist so viel zu viel Rennen. Was? Du hast dich still geworfen gegen Milch. Nee. Achso, ich werfe auf alle? Nee, nur auf Milch. Ich bin gestorben, deswegen hast du gezwitscht. Nee, ich habe gerade Dex. Ich bin werfe Dex die ganze Zeit. Ja, aber wenn Dex gestorben ist, dann wird es sturm. Ja, aber Dex lebt ja. Ich bin die ganze Zeit auf Dex. Dex, du musst da rüber. Geht jetzt nicht vorbei. Ja, aber fast. Ja, ja. Ach, schon eine kranke Versus, muss man schon sagen. Also, wenn ich das ausgedacht hat, ist schon... Da ist Gewo. Da, warte. Da bringt er Nein, da geht er den Weg hin lang Da links ist Holzweg Da lang gehen, ja ja Oh, jetzt liegt er Schusswaffe Da ist der Kevo Boah Alter Tschüss Nein Mann Dex, die Schusswaffe ist wieder da Ich lippe die Du lebst noch Kevo Noch genug Dex, dich wärst du noch? Kann ich nicht Kann ich nicht Viele Stühle hier einfach mal liegen Dex, willst du dich mal einen Schuhkreis machen? 13 nach 4 Busse alle Dex Die Waffe hat eine sehr hohe Reichweite Dex Gibt's den Daten schon abgelaufen Ja Ne, ist doch nicht reich, ist doch nicht ganz so hoch Warte mal, kannst du uns einmal eine Sekunde nicht werfen? Eine Sekunde Eine Sekunde Bitte mit dem Motto machen Kämo Die Stelle ist auch richtig Asi da mit hinten Oh, okay. Du musst ein bisschen näher ran denken. Ich kann nicht jetzt. Ja, mach doch was, sonst hängen wir ewig. Au. Dexelte Spritze, Dexelte Spritze. Huh, Dexelte Fixer. Ah scheiße, ich bin aber auch. Fuck, ich hab mit dem scheißen Hammer gelandet. Fuck, Hammer. Oh, danke Hammer. Nein, scheiße, scheiß du. Jetzt stand up. Wo ist denn der? Ich seh ihn sogar nicht. Au, scheiß du, ich hab wieder diese fucking Studiade. Scheiße. Nein. Jetzt nimmt's nicht. Okay wo? Immer noch nichts. Der hat irgendwie noch 20 Leben glaube ich. Oh, Mann. Ähm, ich hab den jetzt volles Live-Gab-Rett-Programm gemacht auf der Seite. Dezessin gibt's. Sehr geil. Das ist so hart gerade. Ich schmeiß die ganze Zeit, ich darf eigentlich so nah ran gehen. Du hast dich durch die Objekte schießen. Beiner, komm her. Komm her, du Bixer da hinten. Du wartet erst mal mit deinem Boot auf mich. Nein, würde ich nicht mehr. Ich hab mal ne Abkürzung gefunden. Alles schon gut, ne? Schöner Schuss, Dex. Ja! Dex, da durch die Tür durch. Wie heißt das? Nein, ich werfe den auf mich. Da ist das Ziel, Dex. Da Dex. Dex, geh doch mal ins Ziel. Du musst da hin. Fuck you, ey. Ah, das ist gleich. Ey, wie kommt man da bitte durch? Erzähl mir was mal bitte. Mit mehreren Leben. Ah, dämlich ey. Du musst ja mindestens drei Leben am Ende haben. Oh. Welche Map war das gerade? Multiple? Aber guck mal, ich dachte dir mal so ein paar lustige Maps machen. Ohne, ohne viel Gehüpfe. Nur ein paar Kanonen und Löffel und Spritzen und Motorsägen. Nein, man muss erst mal 10.000 Kilometer irgendwie hüpfen, ey. Warte, warte, du wirst jetzt Lustiges haben, oder hab ich was? Ich muss nur glaube ich selber mal den von Map basteln. Wolltest du das mal schon? So, hier, hier, hier hab ich Lustige. Nein, kümmern wir nicht von den Fox Themen, denn... Äh, das ist ne Grand Map. Ja. Hier der Seetower. Ist Erik wieder ein GGG? Wie der Pan das Ende der Map erreicht, zeigte sich ein Tower des... So wie wieder Traitors ist, oder ist es Curryman? Viel Spaß, keine Anmerkung am Brande. Aufgrund der vielen Bugs im Öte hatte, ist der schnelle Map-Café sich bloß Stunden gedauert. Immer wieder wurde der festgelegte Farben nicht gespeichert. Jedes Mal wusste ich, einzelne Blöcke einzeln neu einfärbt. Wir haben alle gefixt Kaka-Kunnen. Sie ist sicher nicht die schwerste, oder die beste Map. Aber auf jeden Fall ein Projekt mit viel Liebe. Das kleine Dankeschön an die vier, die uns sowieso Unterhaltung schon schenken. Es gibt auch... Der Blolo, der Renovation, der Map, Gronkh, Panora und was auch immer noch. Hm. Und nenn ich live und nenn ich Zeit. Kommt mal ran. Ich an. Ist an. Wenn ihr uns nicht gefällt, dann ruf ich den Erik mal an. Hm. Ruf Erik mal an. Erik. Ich komm nicht rein. Ich bin im Ladebüttchen. Ich bin auch im Ladebüttchen. Im Lobby hat sich abhängen. Hier hat er schon wieder Drogen. Was ist das für ne Karte hier? Das geht ja gar nicht. Karte ist kaputt. Ruf Erik mal an. Ich ruf Erik mal an. Erik. Wie das ist das Scheiße? Ich beende das Spiel. Das sollte ich rauskicken. HALT! STOP! HALT! HALT! STOP! HALT! HALT! Und wie weit willst du eigentlich mit deiner Map? HALT! 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 Hallefimer ist da. Augen zu! Passwort eingeben. Ok. Die geht draf nicht. Victor die Aufgegnung. Dann lassen wir die Web zu komplett sein. Ne! Bei mir sieht es aus. Ah! Jetzt geht es. Ja! Endlich viele leben? Im Versus? Aber Zeit ist nicht so gut. Das war... Nein! Achso! What? Bin ich die ganze Zeit am sterben? Ich hab mich da getroffen! Ich kann mich auch nicht verwegen lassen, man! Das ist halbe Hirne! Ah! Achso! Ach die... Ja, Stone? Da ist ein Stinkefinger mittendrin! Au! In die blauen Ringe dürfen wir nicht rein! Wo ist es? Dex, ich hab's grad noch gesagt! Ja, ich weiß es, aber es ist nicht so einfach, wie du es sagst! Ja, ich weiß! Ich versuch's hier! Ja, komm! Ah, nee! Nicht jetzt! Freigeschündel hier! Die blauen Ringe dafür nicht rein! Nein! Lass deinen Finger drin! Danke! Kommt jetzt doch mit der Kanone an! Boah, was sagst du denn? Nein! Wo hast du denn jetzt her? Oh! Warte mal! Achso! Doch, ich weiß, wie's geht! Ich weiß, wie's geht! Erste Haft! Akiva hat's auch rausgefunden! Mist! Da hab ich schon zugeguckt! Nö! Ja, ja, ja! Ist er schon durch? Ja! Das ist ein geheimener Gang! Oh, fuck! Oh, geht die aber hoch hinaus, ey! Ah! Fuck! Fuck! Oh, fuck! Da gibt's Astrovanes und noch... Shit! Ey! Bin ich an? Nein, fuck! Achso! Ich hab schon... ... ... ... ... ... Was ist das denn? Rache! Übern euch! Weil ich so wahrscheinlich mehr erwischen werde. Doch, sehr wahrscheinlich noch. Alter, was ist das? Ich krieg deine Augen krebse, Alter. Und ja, ich meine Augen krebse. Da wird mir ja Kirre bei, ey. Was ist das hier? Mama! Bin ich jetzt oben oder bin ich unten? Ja! Oh, das ist ne Laser! Nein! Akno! Äh, Dex, ist das ein Noto bei dir? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mann, ich muss mich hier konzentrieren. Ja, ich nicht. Nein, scheinbar nicht! Irgendeine! Komm, ich bin endlich mal ein bisschen weiter gekommen! Hör auf hier! Oh nein! Shit! Ich hab' dich! Ach, Mann, ey! Ach, Mann, ey! Ich hab' dich! Ich wollte mich hier schießen sonst! Wollte ich nicht! Ich wollte nur Kameramann spielen, oder was? Wollte ich nicht! Wollte ich nicht! Wollte ich nicht! Die Stelle ist richtig, richtig krank, ey! Hier wo? Ey! Die Waffe ist, äh, Stone-Gleich. Okay! Achso ist das! Ah! Ich hab' auch nur Waffe von daher! Ey! Was ist das hier? Geht das jetzt rauf, oder geht das runter, oder? Hahaha! Das ist voll fisch hier, ey! Ich darf das alles hier gerade nicht! Ich bin grad'n bisschen verwirrt! Geh' ich jetzt zurück? Mann! Ass! Ah! Fuck'n! Mann, ich werd'n schub'n! Der hat eigentlich direkt in den Kopf geschossen! Oh, hier ist der noch! Du Hexe! Karma! Wer hat mir die... Wer hat mir die Spritze in den Arsch gerannt? Hohohoohohohohoho! Achs du, Spritze da, was denn da los? Au! Darkness! Das ist deine Pistole! Danke! Oh ne! Es ist besser, wenn du jetzt stirbst. Ach, ihr seid doch da unten! Nein! 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 Ich komm hinter dir her, Kamo! Das ist gut! Du feiner, ey! Oh, ne ich fuhl die auch mal weg! Ich bin doch ganz von vorne! Die Seite ist leichter sogar! Recht ist leichter! Du musst doch recht sein, wenn du gerade auslaufen! Dann bekommst du springen! Dann bekommst du auf diesen schmalen Ast! Alter! Wackest du dich ja? Dann hättest du mich weiter getroffen! Soll ich eigentlich wieder von vorne anfangen? Warum? Ich weiß gerade nicht, wenn ich bin total, äh, ja, verplex! Ja, ich darf, ich darf komischerweise von vorne auf anfangen! Hast du ein Checkpoint aus dem Versicht uns gefecht? Ja, eigentlich nicht! Ja, Checkpoint! Folgen, was bewegt sich denn jetzt hoch und runter? Ja! Wo war's denn jetzt hin? Keine Ahnung! Geht's jetzt runter oder hoch? Ach, da hinten hin! Ja, ist ja geil! Alter, das muss wirklich so gehen! Fuck you! Ach man! Ach! Ach! Ich komme jetzt nicht mal! Den blödste und einfachste Weg! Und da komme ich nicht hin! mal wieder hier unten fest was das ist ja lass mich doch da hoch das ist eine klatschige sache dass da muss ich erst überlegen wie es geht da muss ich echt springen können bei kevo war da da muss ich springen können also muss kopfhörsen vielleicht ich überhaupt noch werfen ich hätte ich hänge am rand fest vom checkpoint nicht unter dem checkpoint nein ich bin schon unterwegs habe ich mich da mit dem hammer irgendwie nein nein da war der zickfurt unter mir du eklige spiel also ich bin jetzt mit dem hammer rüber gesprungen verdammt er hat es rausgefunden du musst dich mit dem hammer hitten lassen ja da haben wir hätte sich auf die andere seite naja dann mit dem kopf nach oben werfen dafür sagt dass sie eigentlich ganz einfach ist ja okay wir haben auch ein bisschen länger gespielt als wir bei mir funktioniert das werfen ja das nie an mit dem werfen Ja, das dauert noch, ich muss auch nicht rum eiern. Aua. Hey Dex. Wie leiterst du? Was ist das? Wir haben immer so eine kleine Spurkel gesetzt auf den einen Punkt. Sehr schön. Fuck, nein. Aua. Was war das? Ist doch jemand durch? Ja, ich bin ja schon lange durch. Aber wir sind dann im Ziel oder? Nein. Wir sind auf der gleichen Stelle. Wir müssen uns hier mit dem Jumper teilen. Ey, die Stelle ist richtig mies. Du darfst diese Kreise nicht über den Dex. Ich leuchte die Kreise. Die ist die gleich oben. Axel? Hä? Hier, hast du auch? Ja, 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 nee, jetzt hab ich's gecheckt. Ich wusste nicht, dass man hier unten stehen kann. Juhu. Juhu. Aua. Ja, Checkpoint. Hä? Hier wohne unten. Oh, der war die meiner Schnapper. Ich glaub das hier hoch, wenn man keinen Jumper mehr hat. Gar nicht. Also, nee, das soll ich spawnen sonst. Ich versteh grad immer nicht, wo man hoch muss. Geradeaus, in der erste Etage hole und dann rückwärts. Hinter dir. Ja. Ach. Ah, das ist mies für denjenigen der... ... quasi erster... ... Karton ist, ne? Ganz schön, alles öffnen. Ja. Hab ich zum Beispiel nicht gemacht. Hallo K. Ich hab das ja alle Gänge nicht geöffnet. Ich hab diese. Ja, aber das denkst, dass die alle geöffnet. Weißt du was, du musst dir nicht mal schwingen teilweise, du gehst einfach nur über die Ecken. Nein, warum? Wie kommt man denn da hin, ey? Nein! Fuck you! Du musst den Jumpen mir gerade verstehen. Den ersten Jump, den du machst, nach hinter dir. Den zweiten Jump genauso. Den dritten Jump hast du dann nach vorne. Und dann darfst du nicht mehr hochjumpen. Ich glaube ich spring gerade zu. Oh, da ist ein Fall Luke. Hier Kling. Die Rücken jetzt nicht höher. Die Stelle ist immer echt doof. Ich seh ja nicht. Du siehst du, er ist so schwer. Doch, das siehst du ja nicht relativ gut. Das haben wir markiert mit den Rücken. Ich bin doch nicht so weit. Jetzt bin ich gerade oben gekommen. Jetzt bin ich gerade oben. Das ist eigentlich ganz okay. Und jetzt? Ach, da geht's dann. So und du jetzt? Kommt da oder was? Kommt da. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Blut. Oh, ist geschafft. Wo muss man denn lang jetzt? Oh, da ist eine Fallscheiße. Muss man nach oben oder was? Ja. Ach, komm. Fuck die Waldfee. Und die kann auch nicht mal was dafür. Fuck you. Kommt schon wieder die nächste Fade hier. Ah, 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 ah. Fuck, fuck. Shit, hier. Man, ich falle das dritte Mal. Dieses schleifste Loch hier. Aber Dexu hast es schneller geschafft mit den Jumper als ich. Man, ich falle das dritte Mal. Nein. Also, wenn du einmal oben bist, dann ist das eigentlich einfach in diese Kreise. Ja, ich bin aber immer gegen diese Kreise gedonnert. Das heißt, ich bin immer... Nein. Nein. Hier wo? Ja? Bei den Kreissägen. Das letzte Ding. Bei der letzten Kreissäge. Wie bist du da hochgekommen? Ähm. Warte, muss man es auf den Boden bitte. Immer noch da bei diesen hässlichen Schratzen mit dem Falltür. Ähm, ich bin ganz, äh, am Tor lang. Da auf dieser Kante. Echt? Ja. Ich muss ganz vorsichtig sein. Danke, Jan. Jo, danke. Boah, da wird einem ja schlecht bei dieser Map. Ah nein, diese Fallen sind im... Wo diese Falltür kommt, das ist so kacke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse dich. Und alle anderen auch. Oh fuck. Oh fuck. Oh Gott. Warte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war die Gongsflucht. Nein, bin ich blöd. Oh, Stroh und... Oh nein, komm, mein Kopf. Voll, ich darf erstmal für euch alle die scheiß Türen aufmachen. Ja. Boah, wir stecken den Hammer hier. Oh! Okay, match! Fuck! Warte,raum angekommen! Stop! Oh nein,mein,Nein,Nein,Nein,Niein,Nein! Boah,dieseKugeln sind noch mal zu... Boah, die Kugeln sind so ätzend. Bisschen weiter mit den Kugeln als für die Kugeln? Ja, welche Kugeln? Mit diesen Spitzenkugeln? Ich hab die gerade alle Türen aufgemacht, dass sie leichter hier rumkommt. Kommt keine Kugeln mehr jetzt. Ne, halt recht. Aber jetzt gerade, gerade mit dem Moment aber auch gerade erst, ne? Ja, weil ich gerade alle ausgeschaltet habe, das war der letzte Schalter. Aber ich habe gerade jeden einzelnen Schalter durchgeklickt. Bei der Geburt, muss ich sagen. Komm mal, den Scheiß haben wir nicht vorbei. Dexter, da hätte das noch ein Checkpoint für eigentlich. Hättest du also nehmen können. Ne. Hinter den Kugeln. Was ist denn da ein Checkpoint? Ja, da ist ein Checkpoint, da starte ich doch die ganze Zeit. Ich habe keinen Checkpoint, da bin ich dran. Ja, seid ihr nicht dran. Ich bin doch bei den Kugeln nicht hochgekommen. Aua! Aua! Nachmittelfinger-Modus. Was da ist. Wo geht's denn jetzt lang? Ich bin hier bei diesem komischen Hüpfding. Wo geht's denn jetzt lang? Wo geht's denn jetzt lang? Ich bin bei den Kugeln, aber ich weiß nicht, wo ich lang muss. Was? Hinter den Kugeln. Unten. Unten? Da. 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 Da ist ein Checkpoint. Da. Da. Dann? Da. 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 Ich hab das nicht gehört, wo ich hin musste. Da muss man ja, da kann man ja hochfliegen. Ja. Und jetzt habe ich auch schon wieder die nächste Tür geöffnet. Cool. Doch, man kommt jetzt rüber. Dex, die Tür musste ich halt öffnen, da. Ich finde, das ist die erste Tür. Große Teil hier. also die maps kann man auf jeden fall mal spielen aber die ist anstrengend nicht so zum abschluss oder sowas muss man irgendwo ganz am anfang mal machen ich weiß nicht da war ich auch schon auf der seite stone aber ich weiß nicht wo geht es denn jetzt lang gerade nicht getroffen durch die kisten kaputt machen dex womit denn wieder pistole ja da ist der knarre ja ich wusste nicht dass man die kaputt machen kann aber das war ja heftig aber die karte war echt schwer aber wir sind schon bei 45 minuten das ist schon mega zu viel und mega zu lang und überhaupt bis dann tschüss